Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die neuen Euro-Münzen aus Andorra. Diese sind alle mit dem Jahr 2016 geprägt, da Andorra bei der Ausgabe etwas hinterherhängt. Da haben wir zunächst den Kursmünzensatz. Er ist limitiert auf 35.000 Exemplare und beinhaltet die Umlaufmünzen von 1 Cent bis 2 Euro. Die Motive haben sich zu den letzten Jahren hin nicht geändert, daher wendet euch bitte an die Suchmaschine eures Vertrauens, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet. Außerdem sind 2 Euro Gedenkprägungen erschienen, zwei Stück an der Zahl. Die erste hat 25 Jahre Rundfunk in Andorra zum Thema und ist in dieser schönen Karte verausgabt und hat eine maximale Auflage von 85.000 Exemplaren. Die zweite 2 Euro Münze hat den 150. Jahrestag der Reform von 1866 zum Thema. Am 22.04.1866 unterzeichnete Kofürst Josef Kaixal den Text der neuen Reform und dieser wurde dann 1868 vom Kofürst Napoleon III ratifiziert. Er brachte einige Änderungen in die Täler von Andorra und eine der größten Neuerungen war das Wahlrecht für Familienoberhäupter. Und das war es auch von diesem kleinen Video mit Neuheiten. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.